Hallo liebe Leute, was seht ihr hier? Geomechanic, ein neues Spielchen, das jetzt gerade in der Alpha Version ist, das ich direkt mal ausprobieren möchte. Dazu werde ich euch noch ein bisschen was erzählen. Das ist ein Sandbox-Spiel, das ist angelehnt, naja gut, Minecraft ist natürlich das Sandbox-Spiel aller Zeiten. Man kann nicht sagen, dass das auf Minecraft basiert, man kann einfach die Welt verformen, aber das wäre zu wenig. Hier kann man nämlich eigentlich alles machen, wirklich alles. Man kann hier richtig coole Sachen zusammenbauen, Konstruktionen erstellen, richtig komplexe Maschinen bauen und die Welt natürlich auch sehr schön verformen. Später gibt es Multiplayer-Moden und 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 und. Wir stürzen uns einfach mal in das Abenteuer rein. Nein, Abenteuer gibt es noch nicht. Demnächst gibt es ein Abenteuer-Modus. Du bist gestrandet, Geomechanic, bla bla, auf Technologie, man muss verloren geglaubte Technologie wiederfinden, um zu fliehen. Wir gehen natürlich in den Kreativ-Modus und wählen hier, was haben wir denn hier, Nice, a natural world with hills and trees. Eine natürliche Welt mit Hügeln und Bäumen. Eine flache Welt, na, nicht so interessant. A pearly noise-based world, perfect for getting distracted by hills and such. Wir nehmen mal einfach das Nette. Das Spiel wird heißen, Killed Kaios, huch, hallo, kann ich nicht eingeben. Nochmal, Killed Kaios Tested. Ja, Creative, aber Seed ist auch egal. Und jetzt werden wir es mal generieren. Ich habe über das Spiel vor kurz, naja, im Dezember zuletzt berichtet und habe mich schon sehr darauf gefreut. Da gab es eine Demo dazu, die hieß Up Void Miner. Jetzt gibt es endlich die Alpha-Version. Und ich habe gerade eben schon mal reingeguckt. Und es läuft auf jeden Fall sehr viel stabiler als die Demo. Die Demo hat unglaublich an Ressourcen des PCs genagt. Also es lief richtig ruckelnd. Und nun ja, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Es gibt viel mehr Einstellungsmöglichkeiten für die Grafik und alles Mögliche. Und deswegen läuft es jetzt auch dann nur super. So, wir gucken uns jetzt aber das Tutorial an. Ich hoffe, man kann jetzt unten rechts Skype nicht sehen. So, wir gucken jetzt. Wir machen mal das Tutorial. Denn es ist schon eine Weile her, dass ich die Demo gespielt habe. Und wer weiß, was sich hier geändert hat. Eben ploppten hier noch einige Sachen auf. Aber man muss bedenken, es ist eine Alpha-Version. Na, wo ist noch? Na, nu. Wie ihr seht, die Bäume ploppen noch auf, beziehungsweise verschwinden, wenn ich auf sie zukomme. Es ist alles noch in der Entwicklung. Aber ich finde, es sieht schon mal sehr gut aus. Wenn es noch weiter... Bitte, wenn es noch weiter entwickelt wird, wird da was richtig Cooles noch bei rauskommen. Aber guckt mal, hier fängt es schon an mit dem Sonnenlicht. Und, na, ich zeige euch gleich, wie es aussieht, wenn man Sachen abbaut und aufeinander baut. Das ist einfach richtig cool. Wir machen jetzt mal das Tutorial. Denn es ist bei mir auch schon eine Weile her, dass ich es gespielt habe. Ich werde mein Bestes geben, es zu übersetzen. So. Hey, da. Geomechanic mit Mechanic. Na ja, Geomechanic ist ein komplexes Spiel. Also muss man eine Menge lesen, um das hier zu verstehen, um zu wissen, wie man alles benutzen kann. Wenn dir langweilig wird, kannst du dieses Tutorial wieder schließen und später wieder kommen. So. Erinnere... Äh, Achtung. Das ist eine Alpha-Version. Die hat natürlich auch ein paar Fehler. Ähm. Ähm, in der Zukunft wird es hier besser zu handhaben sein. Wenn du Ideen hast, wie man das Spiel verbessern kann, dann, ähm, melde dich einfach bei uns. Also, wenn ihr das hier seht und denkt, hm, das und das könnte man aber auch verbessern, schreibt es ruhig in die Kommentare. So, erst mit den Kontrollen. Das ist klar. Da habe ich mich eben schon ein bisschen drin eingefunden. Man kann auch schön fliegen. Und, ja. Build a car. Sollen wir jetzt hier direkt einen Auto bauen? Select the box two with one with a base plate for the car. Okay. Na gut. Select the box... Ups! Ach, guck mal, was ich mache. Hui! Ich fliege. Ah. Moment, komm, wir fliegen jetzt erstmal nach unten rum. La, 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 la. Ah, wir fliegen hier unten her. Das ist natürlich buggy. Das wird aber in Zukunft wahrscheinlich nicht so bleiben. Wir fliegen der Sonne entgegen. Ah, über den Wolken. So, und durch den Baum hindurch. Das sieht schon cool aus, oder? Findet ihr nicht auch? Haha. Ach, guck mal, jetzt gibt es ja auch ein paar Blümchen. Und schönes Gras. Das ist natürlich sehr grobschlächtig, das Gras. Aber ich muss sagen, es läuft verdammt gut dafür, dass es... Was haben wir denn jetzt mit der Musik? Das ist ja cool. Gefällt mir. Jetzt bin ich aber ganz irritiert. Ich muss die Musik mal ein bisschen leiser machen. Aber cool. So, machen wir weiter. Wir bauen uns jetzt ein Auto, sagt der. Dann legen wir doch mal los. Die Toolbox. Wir öffnen jetzt mal die Toolbox. Boings. Ah. Remove. Remove Group. Ihr seht schon, man kann später wirklich, wirklich viel machen. Das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was man hier alles machen kann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich kann das gar nicht alles wiedergeben. Guckt euch am besten mal einen Trailer an. Wir wuchstelt uns jetzt mal hier durch. Denn ich glaube, das Spiel könnte sich wirklich lohnen, das auch jetzt dauerhaftes Let's Play zu machen. Zumal es bisher noch keiner Let's Play tat. Na gut, aber pssst. Ach, jetzt habe ich schon zu viel verraten. So. Wir klicken jetzt mal. Was? Jet Engine. Nein, wir bauen uns jetzt mal ein Auto. Toolbox with one. Right click to open the settings. Set placement to lose. Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch, dass das immer wieder sich davor poppt. Ich hatte damals Abweid Miner gespielt, da wurde man auch so ein bisschen eingeführt. Creation Mode fixed. Loose. Wurde man so ein bisschen eingeführt mit so einem interaktiven Tutorial. Das fand ich schon mal etwas besser. Ähm. Set placement to lose. Change the height slightly to something lower, so the box has the dimensions you like. Height. Aber ich sehe hier noch keine Box. Na gut, wir machen mal einfach weiter. Hm. Right click again to close the settings. Let's click on the box. Place the box. Ah. Okay. Also, wir öffnen das nochmal. Nein, das war falsch. Rechts klick. Fixed. Was würde denn passieren bei fixed? Achso, jetzt habe ich hier den falschen Knopf gedrückt. So. Loose. Und die... Ah, jetzt gibt es auch eine Vorsicht, Voransicht. Okay, okay. Width. Weite. Tiefe. Höhe. So. Das heißt, wir werden das mal flach machen. Ein bisschen breiter. Damit es noch aussieht wie ein Auto. Guck. Boings. Und da haben wir ein Holzbrett gecraftet. Ne, gecraftet nicht. Herbeigezaubert. Huch. Gut, wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Wir haben eine platt gemacht. The wheel tool with 5. Huch. Ach, guck mal. Da kann ich da unten her switchen. Na gut. Ah. Guck mal. Das platziert sich automatisch da dran. Natürlich machen wir da ein Rädchen. Haha. Huch. Nicht wegrollen. Nicht wegrollen, mein Freund. Ach, guck mal. Direkt Gummireifen. Das ist natürlich sehr modern und gut. Hey, hey, hey. Stehen bleiben. Komm. Bleib stehen. Scheiße. Da liegt jetzt ein Reifen. Hallo. Wachtest du mal? Bist du noch nicht fertig? So. Ich habe ein Auto gebaut. Ich habe jetzt ein ganz einfaches Auto. Try the add impulse tool in your toolbar to move it around. Try the add impulse tool in your toolbar. Add impulse in meiner toolbar. Da wird es schon wieder noch komplexer, ne? Ah, guck mal hier. Da kann man auswählen, welches Material das sein soll. Gold Barren. Das ist natürlich albern. Ich wette, man kann das später auch noch anpassen. Wie bei Minecraft, dass man hier eigene Texturen einarbeiten kann. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil das bietet sich natürlich optimal dafür an, ne? So, wir wollen aber nix. Sondern wir wollen jetzt hier dem einen Antrieb verpassen. Build a car. Steering a car. Select the engine tool with sex. Hm. So, okay. Wir wählen jetzt erstmal das hier ist das aus. So. Fixed. Fixed is it. So, click and hold the car plate where you want to place the main jet engine. Also, ich muss dieses Holzbrett, sorry. Bin gerade ein bisschen müde, weil ich schon wieder zu später Stunde aufnehme. Also, ich muss diese Autoplatte anklicken und dann gucken, wo ich den Hauptantrieb hinsetzen möchte. Home, move the mouse while holding the mouse button to rotate the jet engine in the right direction. Gut, also. Wir machen das jetzt. Natürlich soll der Antrieb da sein. Hui. Ah, okay. Dann machen wir es mal so. Hallo. Oh, falsche Knöpfe gedrückt gerade. Wum, wum. Na, das wird ein Spaß da drauf zu fahren, oder? So, das haben wir jetzt da hingemacht. Select the keybind tool. Was ist das? Click on the jet engine. Keybinding menu. Keybind. Was ist keybind? Ach du liebe Güte. Okay. Jetzt haben wir da keybind aktiviert. Also, Leute, ich glaube, das ist komplex, das Spiel. Aber... Da können wir coole Sachen mitmachen. Oh, Mann. Ich glaube, da bleibe ich mal dran. So, keybind tool. Enter key in the active property. Anything like hearty also will work. Okay, 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 okay. Also, ich kann ihm jetzt... Ah, keybind tool. Klar, ich kann diesem Antrieb jetzt eine Taste zuweisen. Add some more jet engines with a bit of practice in the right keybindings. You can easily create a steerable car. Delete single with the eraser tool. Null. Okay. Das heißt, hier machen wir jetzt mal äh hin. Äh. Okay. Okay, wir wählen nochmal hier keybind tool aus. Gehen auf das. Moment, ich lese mir gerade nochmal das Tutorial durch. Ist natürlich komplex. Da muss man sich erstmal reinfinden. Aber wir finden uns da gemeinsam rein, oder? Vielleicht habt ihr auch Bock, euch das runterzuladen. Ich werde den Downloadlink zu diesem Spiel zur Alpha, und ihr kostet im Moment 8,99 Dollar. Glaube ich. Natürlich in die Videobeschreibung setzen. Im Moment ist alles noch auf Englisch. Aber, ähm. Es hört sich bestimmt den Wegst. Sorry, auch in Deutsch gehen. So, wir gucken jetzt mal weiter. Steering a car. Active property. Und a key in the active property. So. Ach so, click to bind. Ich trottel, hab das nicht... Ah. Bam. Key A not valid. Na gut, na gut. Dann halt P. So, pass auf, Freunde. Und jetzt... Lassen wir das Auto... Load. Ach Gottchen. Ach du liebe Güte. Na, da müssen wir also noch mehr Engines dran machen, oder? Oder... Was bedeuten denn die Pfeile? Vielleicht hab ich die Pfeile falsch gesetzt. Komm, machen wir das mal. Dann machen wir da noch eins hin. Und da noch eins. Dann Keybinding Tool. Zeg. Äh, zeg. Sag ich. Eins. Zwei. Drei. Und jetzt... Jetzt gibt's ja aber Vollgas, Kumpel. Auf geht die wilde Fahrt. Yeah. Gut. Jetzt ist ein Baum im Weg. Gut. Dann müsste ich jetzt natürlich noch hier einen Antrieb hin machen. Damit es rückwärts fahren kann. Naja. Oder wir warten einfach, bis sich das hier so zurecht gehübelt. Oder? Ja, ich mach's einfach so. Dann stell ich mich natürlich drauf. Und jetzt geht die wilde Reise los. Yeah. Hier, hier, hier. Was geht ab? Ähm, okay. Das ist jetzt noch so Kaffeefahrt für Rentner ein bisschen. Aber... Pass auf. Das können wir doch bestimmt auch ändern hier. Da machen wir jetzt mal... Langsam, langsam, langsam. Wir werden das jetzt mal... Nein, 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 Quatsch. Moment. Nein, 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 nein. Ups. Upsala. Da haben wir schon Quatsch gemacht. Nein, jetzt bleibt nochmal stehen. Okay. Okay. Eraser Tool ist die Null. Zack, zack. Ach, das ist ja easy. Sehr schön. So, dann wählen wir das jetzt wieder aus. Ich würde gerne... Was ist denn das hier? Part Properties, Box, Remove Sphere. Was ist denn Sphere? Ich würde gerne die Landschaft ein bisschen verändern. Das habe ich nämlich auch schon mal gemacht. Äh, in der Demo damals. Steering a car. Advanced 7. The Terrain Tools. Wo sind denn die Terrain Tools? Ist das hier die neuen? Ach klar, da ist es doch. Da steht es doch sogar dran. Ah. Ah. Freunde, jetzt geht es aber los hier. Jetzt können wir hier erstmal gucken. Wupp. Wisst ihr was? Wir machen direkt mal ein Riesenloch. Bam. Hast du gesehen? Puh. Pow. Sieht das nicht cool aus, wie das hier runterfällt? Das ist ja mit Minecraft überhaupt nicht zu vergleichen. Wir, ähm... Wupp. Wow, 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 wow. Wir können uns richtig schön hier durchbuddeln. Ups. Vorsichtig, Kaios. Und da kommen wir wieder raus. Seht ihr, wie das Licht hier runterfällt? Wie sich das an diesen Dingern bricht? An den, an den Erdbrocken. Ist das nicht cool oder was? Guck mal hier, wie geil. Man kann sich hier richtig so einen Canyon machen. Wir machen uns jetzt einen kleinen Canyon. So, natürlich muss der Canyon, der Canyon auch ein bisschen durchbrochen werden. Aber wir werden jetzt mal ein kleines, ein anderes Tool auswählen. So, äh... Ich weiß, dass es hier noch andere gibt. Snapping. Was ist denn Snapping? On, off. Camera aligned. Man muss sich da echt, äh, intensiv mit befassen. Ich weiß, dass es hier noch andere Sachen gibt, außer Sphere. Aber, äh... Wie kann ich das denn jetzt ändern? Und was macht denn ein PC-Guard für einen riesen Lärm? Ist er überfordert mit dem Spiel? Keine Ahnung. Schwer am Aufnehmen hier. So, wir haben hier unseren klitzekleinen Canyon gebastelt. Hoppala. Sehen Sie, unser Werk. Naja, ich habe ein bisschen die Landschaft zerbuddelt. Wir können auch Wasser fließen lassen. Ich weiß nicht, ob es das jetzt schon gibt. Wie kann ich denn was anderes als Sphere auswählen? Alignment, Snapping, Pirate, Origin, Bottom. Hup, 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 hup. Ach genau, da kann man auch noch auswählen, wie hier irgendwas... Was? Ach, guck mal, hier kann ich das... ...so da unten ein bisschen, äh, abbauen. Also man kann das sehr, sehr detailliert auch abbauen. Kannst du hier nur so einen kleinen Hügel reinmachen. Du kannst es aber auch hier, wie ich das gerade gemacht habe, vollkommen einreißen. Rigid. Ja, also wie gesagt, man muss sich echt damit befassen. Und ihr kennt mich ja, wie sehr ich mich immer mit Dingen befasse. So, the circuitry tools let you create logical circuits that can control jet engines, lights, and so on. When playing in a flat world, you can use the fluid tools for a preview of the water simulations that will come in one of the next versions. And there's more, light cubes, camera tools, automatic digiting options, are just some of the office... Wow, 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 wow. Gut, wir gehen dann auf jeden Fall jetzt mal in a flat world, denn ich möchte das Wasser gerne ausprobieren. Ihr doch bestimmt auch, oder? So, wir werden ein neues Spiel erstellen. This game name is already in use. Different game mode, creative, kill... Ach, guck mal, was ich da geschrieben habe. Kid Kairos Test 2. So, creative, configure, seat generate world. Ah, hier, flat. Kid Kairos Test, flat, terrain material, dirt. Dirt. Hier gibt es auch bestimmt auch... Was haben wir denn hier noch? Ne, das ist ja Blödsinn, wenn der... Wenn der ganze Boden aus Birkenholz besteht, oder? Ach, ihr wollt es doch alle wissen. Was haben wir denn hier? Pavemaker. Concrete, Beton. Ah, radial mosaic. Pflaster. Wir machen... Wir behalten einfach mal hier den Dreck. Create. Da bin ich mal gespannt aufs Create, aufs Fluid Tool. Oh, das Spiel hat sehr viel Potenzial. Was haben wir denn hier? Basic Controls, Build a Car, ist alles das gleiche. Wie eben gerade. Huch. Wo gibt es denn hier Fluids? Lass mal gucken. Wir werden... Was ist das? Ach so. Das bin ja... Ach, das ist immer noch meine Platte hier. Komm, wir machen mal eine Riesenplatte, oder? Wupp. 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 Ne, das ist ja ein Holzblock. Bong. Ja, das können wir natürlich auch machen. Wir können einfach... Ah, so kann ich... Wir können jetzt natürlich auch so ein bisschen was bauen. Ne, ganz Minecraft-like. Bauen wir uns jetzt ein Haus. Ein bisschen überdimensioniert. Ha, ha, ha. So hoch. Muss man sich ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Das ist nicht gerade das schönste Haus. Aber voll übertrieben groß, ne? Aber seht ihr auch, wie dynamisch diese Blöcke da fallen, ne? Also dieses Spiel... Was heißt... Kann man das wirklich als Spiel bezeichnen? Ja, ich denke schon. Später kommt ja noch ein Adventure-Mode dazu. Und da freue ich mich sehr drauf. Mh... Nun ja. Kann man es als Spiel bezeichnen? Auf der einen Seite ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein riesengroßer Sandkasten für Spielkinder. Also das stelle ich mir auch dann tatsächlich unter einem Sandbox-Spiel vor. Weil das ist für mich Sandbox. Perfekt. Es passt zusammen. Hier haben wir das Pentagon mit Vierecken. Naja, das Pentagon ist eigentlich achteckig. Ist auch wurscht. Wir wollten eigentlich hier gucken nach Fluid. Apply Impulse. Ach, Impulse. Ach, guck mal, ich kann dem Ganzen einen Impuls verpassen. Das ist ja lustig. Damit kann man Katapulte bauen. Und Sachen kaputt machen. Okay. Wo war das hier? Ach, ist Apply Impulse. Wupp. Machen wir das mal. Oh, da fliegt es. Und zurück. Komm. Oh, uiuiuiui. Was haben wir jetzt gemacht? Das ist aber mal Buggy. Ist das ein Bug, oder? Wow. Kann ich mir schon vorstellen, wie man das so in Multiplayer-Schlachten gegeneinander verwendet. Richtig cool, oder? Bugs. Da fliegt es wieder. Hm. Was? Apply at Center. Machen wir mal off. Ach so, dann kann ich das von jeder Besteller aus machen, wie ich möchte. Jetzt nur so ein bisschen anschubsen. Oh man, da kann man auch sich richtig coole Spiele ausdenken dann. Hier. Würfeln. Ja. Dann texturiert man die so, dass die aussehen wie Würfel. Und dann muss man würfeln. Buh. Am besten nicht so. Weg ist er. Tschüss. Mach's gut. So, was haben wir denn hier noch? Ja, Sphere. Ich weiß, dass es da noch mehr gibt. Wir wollen nicht so eine riesige Kugel. Naja, pass mal auf. No settings available. Das war der Impuls. Ach, Move. Das kann ich einfach... Ach, das ist ja... Na gut, das ist ja unkompliziert. Schön. Zack. Dann kann ich das jetzt so aufeinander stapeln. Wie ein riesiger Turm aus Bauklötzen. Ah, ich wollte gerade sagen. Es hält sich an die Gesetze der Physik und fällt dann auch auseinander. Da könnte man zum Beispiel ein Multiplayer-Spiel bauen, äh, machen. Wer baut am schnellsten ein Turm aus 20 Blöcken, ohne dass dieser zusammenkracht? So, und dann kommt irgend so ein Arsch, ne? Irgend so ein Arschgesicht kommt dann und macht hier den und macht alles kaputt. Oh, mit dieser traumhaften Musik fällt es in Zeitlupe noch unten. So, wir haben hier Engines. Wir haben Rigid Weld. Was ist das? Ich habe keine... Was ist das? Hä? Ah, kann ich die da aneinander kleben? Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh, ich bin noch nicht ganz firm mit der Steuerung, wie ihr merkt. Oh, Leute, ich glaube, das hier wird das neue Sandbox-Spiel auf meinem Kanal. Auf jeden Fall. Ich habe so lange nach einem coolen Sandbox-Spiel gesucht, was noch nicht so abgegriffen und ausgelutscht ist. Und das hier gefällt mir echt gut. Was zur Hölle ist das hier, was ich damit machen kann? Na gut, also da bedarf es doch noch einiger Erklärungen. Was haben wir denn? Guck mal, da hinten. Hä? Was machen die denn da? Was machen die Blöcke? Na gut, es ist halt noch die Alpha. Und dieser Block schwebt, was er eigentlich nicht tun durfte. Snapping. So, Private Bottom. Tja, ich wüsste jetzt gerne noch gerade... Was haben wir denn jetzt hier eben gemacht? Bottom Origin? Ne. Das hatten wir eben, ne? Klar. Aber es gibt natürlich auch noch andere Sachen, die man machen kann. Top. Ich gucke mal. Das Tutorial. Open your Toolbox. Ach ja, ich trottel. Toolbox. Ah ne, Moment. Ah, seht nur. Oh mein Gott. Ich glaube, das hier wird eine Riesenfolge. Ich kann gar nicht aufhören damit, das zu spielen. Ja klar, die Toolbox hier. Box, Zylinder, Cone, Sphere. So. Damit haben wir hier Cone. Und damit einen Kegel, den wir benutzen können. Äh, ja. Cone. So, ein kleiner Kegel. So, hallo Kegel. Aus Holz. Sieht natürlich in Holzoptik ziemlich unrealistisch aus. Aber lass mal gucken. Gibt es hier denn nicht jetzt Wasser? Ach ne, ein Ballon. Okay. Shortcut kann ich hier verteilen. Ah, ich kann Shortcuts für bestimmte Sachen verwenden. Ei, 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 ei. Ein Holzstück. Eine Tonne. Irgendwelche Sachen, die sich drehen. Spike Ball. Das ist natürlich auch cool. Und das sind dann die Sachen, die man natürlich wegschleudern kann. Das war dann hier das, ne. Pow. Äh. Okay. Na, da sind wir wieder bei Sphere. Okay, das muss noch ein bisschen, das muss noch ein bisschen angepasst werden. Aber egal. So, Lever. Motor. Also ein Hebel. Ein Motor. Ein Stoßdämpfer. Das ist ja interessant, oder? Box, Sphere, Konkel, Zylinder. Add water. Oh mein Gott. Lava. Flüssigkeiten sind ein Risiko. Oh, und wenn es jetzt crasht, dann ist diese Folge auch zu Ende. Und wir gucken uns beim nächsten Mal an, was wir hier noch machen können. Okay. Ja oder nein? Und wir? Und wir gucken Thanks.